Feminismus? Das sind doch all diese untervögelten, gelangweilten Kampflispen. Feminismus? Da macht doch diese Ali Schwarzer mit, oder? Gleichstellung herrscht doch schon längst. Was wollt ihr denn noch? Ich empfinde den heutigen Feminismus so, dass manche Frauen meinen, sie müssten höher gestellt werden als die Männer. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir und von euch lange erwartete dieses Video zum Thema Feminismus. Feminismus. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal das ganze Feminismus für Anfänger zu nennen, denn ich möchte euch heute Lektüre vorstellen, die einen seichten Einstieg in dieses Thema geben, die nicht zu theoretisch sind, die nicht zu radikal sind, sondern verschiedene Ideen aus verschiedenen Richtungen eben aufgreifen und sie darlegen. Ich habe mich lange gescheute, dieses Video zu machen. Ich beschäftige mich noch nicht lange intensiv mit diesem Thema und dachte immer, ja, also ich habe mich immer nicht so richtig getraut, sagen wir es mal so, weil ich immer dachte, dass es bestimmt Leute mit mehr Expertise für dieses Thema gibt. Deswegen sage ich euch jetzt gleich, dieses Video und auch die vorgestellten Bücher erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zum Beispiel stelle ich euch heute eine Autorin vor, Rebecca Solnit, die im November oder Oktober letzten Jahres ein neues Buch herausbrachte und von dem ich denke, ich habe es noch nicht gelesen, dass es auch gut, ja, in diese Reihe oder in dieses Video passen würde. Deswegen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich nenne mich selbst immer gern Feministin in Ausbildung, weil ich das Gefühl habe, seit ich mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, da gibt es einfach so viele Richtungen, so viele Theorien, so viele Ausrichtungen, ja, mit denen man sich beschäftigen kann, bevor ich irgendwie für mich das, sage ich mal, Richtige gefunden habe. Ich habe die Bücher, die ich euch vorstelle, die bringen eben verschiedene Thematiken auf verschiedene Art und Weisen so zusammen, aus verschiedenen Richtungen, über die ich vorher schon mal nachgedacht habe oder nicht. Denn Feminismus ist natürlich nicht etwas, was nur theoretisch existiert und von dem man noch nie etwas gehört hat. Es ist ja so, dass auch ohne vielleicht das Wort Feminismus zu kennen oder ohne sich vielleicht als Feministin zu bezeichnen, einem im persönlichen Leben auch verschiedene Ungerechtigkeiten auffallen. Tja, was ist denn Feminismus eigentlich nun? Ja, Feminismus, so sagte mal jemand, ist ja die radikale Idee davon, dass Frauen Menschen seien. Denn je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto mehr stellt man fest, das ist noch nicht in allen Köpfen tatsächlich so angekommen. Man redet immer davon, dass da Frauen heute gleichgestellt sind, dass sie akzeptiert sind, gleichwertig sind. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, so viele Dinge, die noch nicht richtig sind. Klar haben Frauen in der Vergangenheit durch den Feminismus sehr, sehr viel erreicht, wie, dass wir wählen dürfen, dass wir selbst bestimmen dürfen. Wo wir arbeiten und was wir arbeiten. Wir müssen nicht mehr den Mann um Erlaubnis fragen. Aber trotzdem gibt es noch so viele Dinge, die nicht richtig laufen, die noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen sind und wo Gleichstellung tatsächlich noch nicht herrscht. Das größte Beispiel ist ja wohl die Medien, die Werbung, in dem immer wieder, oder auch Filme, Fernsehen, Serien, wo immer wieder nackte Frauenkörper oder halbnackte Frauenkörper dargestellt werden, die sehr, sehr uns zeigen, was ist der perfekte Körper, wie hast du als Frau auszusehen. Beziehungsweise wie denn bitte das Bild der Frau, des weiblichen Körpers, eben suggeriert wird durch die Werbung schon von klein auf, dieses Bild in unsere Köpfe gepflanzt wird und uns Frauen immer wieder gesagt wird, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht schön genug und hier habt ihr tausend Produkte, wie ihr das bitte anders machen könnt und besser machen könnt, damit ihr eben auch geliebt werdet. Oder sei es auch im Haushalt oder bei der Kindererziehung, da gibt es noch so, so viel zu arbeiten. Ich zum Beispiel habe es selbst zu Hause dann auch erlebt, dass selbst wenn man einen noch so liberalen Partner hat, es ist immer sehr schwierig, dann durchzusetzen, dass Hausarbeit gleichwertig verteilt wird und auch die Kindererziehung gleichwertig verteilt wird. Aber es ist oft noch in den Köpfen der Menschen eben drin, dass die Frau den Haushalt macht und dass das eben auch Arbeit ist. Und selbst wenn ich einen 40-Stunden-Job habe und er einen 40-Stunden-Job hat, dann bleibt es trotzdem das meiste im Haushalt an mir hängen. Aber da ist jeder von uns selbst gefragt, eben auch schon den Kindern das beizubringen, dass es nicht Mädchenklamotten gibt und dass es nicht Jungsklamotten gibt oder dass es Jungspielzeug gibt oder Mädchenspielzeug, sondern und auch keine Mädchenü-Eier und normale Ü-Eier. Okay, das ist ja das Thema, was mich am meisten aufregt. Aber ja, Feminismus ist so viel und in so vielen verschiedenen Perspektiven und deshalb möchte ich euch heute einige Bücher dazu vorstellen. Ich sage schon mal vorab in diesem Video, Ich habe mich mittlerweile breit beschäftigt, allerdings noch nicht so breit, wie ich es hätte machen müssen. Zum Beispiel fehlt hier jegliche Quere-Literatur. Da möchte ich mich dann in nächster Zeit noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja, kommen wir aber zu den Büchern. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber Bücher, die ich in letzter Zeit hier gelesen habe und von denen ich denke, sie geben einen guten Einstieg. Als erstes möchte ich euch zwei kleine Heftchen vorstellen und zwar von der Autorin Shimamanda Ngozi Adichie. Einmal ist das das Heftchen Mehr Feminismus, ein Manifest und vier Storys und einmal ist das ein Brief an ihre Freundin, in dem sie schreibt, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Beides sehr, sehr gute Bücher, die immer auch noch das Thema Rassismus immer noch ein bisschen miteinander verknüpft mit dem Feminismus, aber sehr, sehr gut sind und kleinere Denkanstöße geben. Zum Beispiel in diesem Brief-Essay, nenne ich es mal so, ich glaube 15 oder 15 Regeln hat sie aufgestellt beziehungsweise Regeln, Vorschläge gemacht für ihre Freundin, wie sie denn ihre Töchter oder ihre Tochter in diesem Fall gleichberechtigt aufsehen kann, wie sie darauf achtet, eben nicht irgendwie gendermäßig, ja, rosa für Mädchen und blau für Jungs oder im Spielzeugladen und etc. pp. Da gibt es ja so viele Hürden, die es eben auch gibt, dass man eben seine Kinder irgendwie auch genderneutral irgendwie aufzieht, aber natürlich nicht gleich, nur weil mein Kind oder mein Mädchen ein Kleid anziehen will oder gern Prinzessin sein will, jetzt eben Aufstände machen. Nein, das ist ja sexist, etc. pp. Nein, die Kinder dann eben so entwickeln lassen soll, wie die Kinder sich eben entwickeln. Und in diesem, das ist ihr berühmtestes, mehr Feminismus oder auf Englisch, da kennt man das auch eher unter We Should All Be Feminists, ein sehr großes Manifest und hinterher noch vier kleinere Geschichten, in denen sie eben verschiedene Situationen darstellt, die Idee kurz anreißt, etc. pp. Also zwei sehr kurze Heftchen, die einen leichten und seichten Einstieg auf einer sehr persönlichen, besonders der Brief eben auf einer sehr persönlichen Art und Weise dem Feminismus begegnet. Apropos persönlich, wenn wir schon dabei sind, das großartigste Buch, sagen wir so, das ich in letzter Zeit gelesen habe, war Untenrum frei von Margarete Stukowski. Und dieses Buch ist wirklich sehr persönlich, weil sie haben ja verschiedene Geschichten, ob sie nun echt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie nähert sich dem Thema Feminismus auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise, mit kleinen Geschichtchen, mit Dingen, über die sie sich aufregt, denn Stukowski sagt immer, man darf nicht verlernen, sich aufzuregen, sich zu ärgern über etwas und nur wenn eben einem das erhalten bleibt und man nicht irgendwie abstumpft, ja, kann man eben auch auf Missstände aufmerksam machen, etc. pp. Stukowski hat hier sehr, sehr viele kluge, ich bewundere diese Frau, sie hat sehr, sehr viele kluge Gedanken, die sie auch sprachlich hier sehr gut rüberbringen kann und eine Frau, die mir zum ersten Mal auch erzählt hat in diesem Buch, ja, was eigentlich so dieser persönliche Feminismus für einen selbst sein kann, dass es eben nicht darum geht, dass Frauen höher gestellt werden, sondern dass es tatsächlich um eine Gleichstellung geht, aber dass diese Gleichstellung nicht so wie oft propagiert, natürlich immer da ist und was habt ihr denn alle? Nein, sie ist tatsächlich noch nicht da beziehungsweise nicht immer in den Köpfen der Menschen angelangt und dass man nicht pro forma alle immer über einen Kamm schert, nicht immer sagt, die Männer sind böse und die Frauen sind gut, nein, und dass es auch darum geht, eben sich persönlich zu entwicklen und eben, wenn man gerne Lippenstift trägt, wenn man eben gern kurze Röcke trägt oder dass man eben gern Stöcke Schuhe trägt, dass das alles völlig okay ist und auch mit dem Feminismus eben vereinbart sind. Man muss sich nicht die Haare kutschern, haha, und jetzt ein, ähm, ja, betontes, normatives, männliches Auftreten haben, ähm, um eben als Feministin erkannt zu werden, sondern es gibt so viele Facetten des Feminismus und dieses Buch hat mich sehr, sehr begeistert, sehr, sehr persönlich, ich lege es euch hiermit nochmal ans Herz. Und auch ein wenig persönlicher ist, ähm, dieses Bändchen hier, Wenn Männer mir die Welt erklären, von Rebecca Solnit. Ähm, auch ein sehr berühmtes Buch, ähm, ja, Men Explain Things to Me. Rebecca Solnit ist diejenige, die quasi das Wort Mansplaining, ähm, ja, nicht erfunden hat, aber durch die das eben entstanden ist. Sie schreibt nämlich im allerersten Essay hier drin, Wenn Männer mir die Welt erklären, ähm, ähm, darüber, wie ein Mann ihr ihr eigenes Buch erklärt hat, ohne dass dem Mann bewusster, äh, war, wen er vor sich hat, aber er dachte schon von sich aus, sie hätte niemals genug Expertise, um über das Thema reden zu können, deswegen muss er ihr das mal erklären. Ja, richtig. Und, ähm, eben deshalb dieses Wort Mansplaining. Hier drin sind noch andere Essays enthalten, zum Beispiel auch über Virginia Woolf, ähm, ja, eine großartige Hommage quasi an diese Frau. Ähm, ja, verschiedene Gedanken auch hier drin, die auch alle ein bisschen persönlicher sind und nicht theoretisch. Jetzt habe ich euch vier, glaube ich, vier Bücher vorgestellt, die alle sehr, sehr, ähm, ja, auf die persönliche Art und Weise, was vielleicht auch nicht die schlechteste Art und Weise ist, sich diesem Thema zu nähern. Jetzt möchte ich euch zwei Bücher vorstellen, die, ähm, ja, auf leichte Art und Weise auch ein bisschen, ähm, ja, die Geschichte und die Theorie des Feminismus, ähm, ja, beinhalten. Also, wer sich dann etwas theoretischer mit dem Ganzen beschäftigen möchte. Es gibt zwei sehr, sehr großartige Bücher. Einmal von Julia Korbik, ähm, Stand-up, Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene. Ein wirklich großartiges Buch, ähm, was sehr, sehr viel enthält. Es enthält die Geschichte des Feminismus, es enthält verschiedene Theorien, welche Ausrichtungen es gibt. Es werden immer wieder, ähm, ja, Frauen und Männer vorgestellt, die sich eben für den Feminismus verdient gemacht haben. Auf welche Art und Weise auch immer. Es wird Literatur vorgestellt. Es wird, es werden Missstände aufgezeigt, die es in unserer heutigen Gesellschaft immer noch gibt, etc. pp. Und ein Buch, was sehr, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Theorie geht. Allerdings auch sehr, sehr gut und sehr, sehr, ja, ähm, einfach aufgemacht, sage ich mal so, um einen einfachen Zugang eben zu diesem Thema zu finden. Genauso wie dieser Comic hier, ähm, ähm, kleine Geschichte des Feminismus im euroamerikanischen Kontext. All diese Bücher, ähm, beschäftigen sich mit diesem europäischen, amerikanischen, also mit diesem westlichen Feminismus. Ähm, auch dahingehend möchte ich noch mehr lesen, dass ich mehr in diesem östlichen Feminismus, ob es da irgendwas gibt, oder Literatur darüber gibt, da muss ich mich noch mehr, ähm, mit beschäftigen. Ähm, Ähm, aber, wie gesagt, dieses Buch, äh, sagt auch explizit, wir beschäftigen uns nur mit dem westlichen Feminismus. Ähm, sehr, sehr gut. Es sind Comic-Formen aufgemacht, ähm, und immer wieder, also nicht nur Comics, aber, ähm, viel, viel Text und dann als Unterstützung immer, äh, ein paar Comic-Szenen eingeblendet, ähm, die entweder das Thema nochmal aufgreifen oder es so ein bisschen nochmal, ähm, ja, ja, humorvoll verarbeiten. Sehr, sehr gut, ähm, eben von der frühzeitigen Geschichte, glaube ich, von der Antike an genau bis zur Neuzeit, um dann auch nochmal zu erklären, ja, was sind denn hier diese Wellen des Feminismus, warum bezeichnet man das so, wie kommen die zustande und was ist überhaupt inhaltlich da los? Und, ähm, ja, das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Was all diese Bücher gemeinsam haben, was ich auch immer gut fand, ähm, sie haben hinten ein Glossar oder, ähm, spielen auf andere feministische Bücher an, sodass man immer wieder neue Ideen hat und immer weiterlesen kann. Oder wie Anne es von Literaturlärm nennt, ähm, zusammenhängendes Lesen, das heißt also, da drin werden Bücher erwähnt und man hat selber total Lust und bekommt total Lust, noch mehr zu lesen und, ähm, besonders in diesem Stand-Up-Buch, da sind sehr hinten ein großes Glossar, was kann man lesen und auch bei Stukowski ist das hinten drin, ähm, ja, hier weitere Vorschläge, dann, wenn dich das Thema mehr interessiert, wenn dich der weibliche Körper und deren Zuschaustellung in den Medien eben interessiert, dann lies das oder wenn dich mehr die Theorie interessiert, dann lies das, etc., pp. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich natürlich auch mein eigenes Denken und mein eigenes, äh, das, was ich sage, überdacht und, ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, wo ich so hinterher denke, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, das ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so richtig oder es ist genau das, was eigentlich der Feminismus ja auch nicht will, dass man eben irgendwelche Leute in Schubladen steckt, äh, sei es Frauen oder Männer, wenn man zum Beispiel einem Mann sagt, er kann sich nicht durchsetzen, er hat eben keine Eier, ähm, das ist genauso sexistisch, als wenn ich eine Frau sage, äh, ja, sie kann nicht einpacken, weil sie eine Frau ist. Und, ähm, so entwickelt sich das dann eben immer weiter auch im eigenen Denken, Feminismus hat so viele Sparten und so viele, ja, Ausrichtungen, eben so viele Gedanken, die ich so wichtig finde und, ähm, ja, deswegen fasziniert mich dieses Thema, ich möchte mich noch weiter damit beschäftigen und deswegen auch meine Anregung an euch, wenn ihr noch mehr Literatur kennt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was kann ich noch lesen, ähm, ich werde vielleicht auch noch irgendwann, wenn ich mehr gelesen habe, ein weiteres Video dazu machen, vielleicht auch noch mehr Bücher für Anfänger vorstellen, vielleicht dann auch schon für Fortgeschrittene, wer weiß das schon so genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, wenn ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn nicht, dann vielleicht auch und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, bis dahin, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.